Die letzten Atomkraftwerke in Deutschland wurden im April 2023 abgeschaltet. Doch den über Jahrzehnte angefallenen hochradioaktiven Abfall nehmen wir mit in die Zukunft. Dieser muss dauerhaft sicher entsorgt werden, tief unter der Erde. Dafür sucht Deutschland einen Standort. Regionen werden verglichen und am Ort mit der bestmöglichen Sicherheit soll das Endlager gebaut werden. Katrin wohnt in einer Region mit günstigen geologischen Eigenschaften für die Endlagerung. Eine sogenannte Standortregion. Diese und andere Gebiete schlägt die Bundesgesellschaft für Endlagerung MbH, kurz BGE, für weitere Untersuchungen vor. Bevor das Unternehmen diese Gebiete vorschlägt, hat es eingehend die vorhandenen geowissenschaftlichen Daten geprüft. Doch wie können sich die Menschen in diesen Regionen an der Endlagersuche beteiligen? Es werden sogenannte Regionalkonferenzen eingerichtet. Hierfür ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, zuständig. Katrin interessiert sich für die Endlagersuche und geht zur Vollversammlung ihrer Regionalkonferenz. Jede Person, die über 16 ist und wie Katrin hier lebt, kann daran teilnehmen. Auch Menschen aus angrenzenden Regionen können dabei sein. Diese Regionen können auch in einem Nachbarland liegen. Wichtig zu wissen ist, dass die Regionalkonferenzen selbst organisiert arbeiten. Das bedeutet, sie können selbst entscheiden, wie sie zusammenarbeiten wollen. Und welche Gestaltungsmöglichkeiten haben die Regionalkonferenzen? Katrin und die anderen TeilnehmerInnen der Regionalkonferenz können beispielsweise den BGE-Vorschlag, wonach ihre Region weiter untersucht werden soll, überprüfen lassen. Konkret sieht das so aus. Sie können Mängel benennen und eine Nachprüfung verlangen. Stimmt das BASE zu, muss die BGE ihren Vorschlag überarbeiten. Wenn alle Nachprüfungen abgeschlossen sind, entscheidet anschließend der Bundestag, welche Regionen weiter untersucht werden. Damit Katrin und die anderen in der Lage sind, den BGE-Vorschlag zu bewerten, können sie sich wissenschaftliche Unterstützung holen. ExpertInnen erstellen dann zum Beispiel Gutachten. Jede Regionalkonferenz bekommt Geld und kann eigenes Personal für eine Geschäftsstelle einstellen. Diese unterstützt die Regionalkonferenz dann bei all ihren Aufgaben. Dazu kann unter anderem gehören, die Menschen in der Region über die Endlagersuche mit einer eigenen Öffentlichkeitsarbeit zu informieren. Die Regionalkonferenzen können sich aber auch mit anderen Themen befassen. Zum Beispiel mit der Frage, was ein Endlager für die Region bedeuten würde. Welche Folgen das für Image und Wirtschaft hätte. Was würde man brauchen? Das Ziel sind langfristige Konzepte zur Regionalentwicklung. Ein Vertretungskreis führt die Geschäfte der Regionalkonferenz. Er besteht aus bis zu 30 Personen. Dazu gehören BürgerInnen, VertreterInnen aus den Kommunen sowie von gesellschaftlichen Gruppen. Der Vertretungskreis wird von der Vollversammlung gewählt. Beide tauschen sich regelmäßig miteinander aus. Wie das konkret geschieht, entscheidet jede Regionalkonferenz selbst. Eine oder mehrere Personen aus der Regionalkonferenz werden zudem in den Rat der Regionen entsandt. In dem Gremium sind neben den Regionalkonferenzen auch die Gemeinden vertreten, in denen die hochradioaktiven Abfälle zwischengelagert werden. Als vermittelnde Instanz begleitet der Rat der Regionen die Endlagersuche bis zum Schluss. Katrins Regionalkonferenz besteht so lange, wie die Region Teil des Suchverfahrens ist. Am Ende der Endlagersuche legt der Bundestag einen Standort fest. Die Regionalkonferenz dieser Region wirkt dann an der abschliessenden Standortvereinbarung mit. Die Regionalkonferenz